Heute will ich euch was über die Lemieux Derby Pro Jump Gamaschen erzählen. Sie haben eine super harte, aber auch durchlüftete Schale, die sich spitze dem Pferdebein anpassen, verhindern Reibungen und Reizungen an der Szene und haben flexiblen Klett, um bestmögliche Passform zu haben. Außerdem gehören zur Derby Pro Jump Gamasche die Overreach Streichkappen, die auch mit ihrer Neopren Hartschale für die Springglocke ist innen mit weichem Neopren ausgestattet, was Reizungen verhindert. Außerdem sind sie für Jungpferdeprüfungen zugelassen, nehmen kein Wasser auf, sodass man selbst bei nassen Böden erreicht. ARD Text im Auftrag von Funk